Und hier sind die anderen. Ja, ich bin down. Okay. Gut, wir sind in der Nähe vom Signaldetektor. Ich denke mal, wir gehen hier runter. Ja. Es waren einige mit LMGs und recht gute Leute, glaube ich, auch. Also müssen wir aufpassen. Ja. So. Ich schätze mal, von oben kommt auch gleich mal, wie bald wer. Mal schnell schauen. Okay, wir haben drei hier, also zwei hier und einer weiter hinten. Drei hier am Feld. Zwei bei dem Haus und zwei da oben. Okay. Wo gehen wir hin? Container. Container, ja, hätte ich auch gesagt. Müssen wir nur aufpassen, vielleicht, dass die von oben runterkommen. Ja. Ein bisschen. Durchaus möglich, ja. Portable Signaldetektor hat mich gehabt. Ich schätze mal, das sind die drei von da hinten. Soll man leise oder laut aufmachen? Ich glaube, ganz laut. Ich gehe mal den Berg rauf und schaue, ob die von dem Haus kommen. Ich werde da mal... Achtung, da oben schießt einer runter. Und da kommen schon die Ersten. Die kommen auf dem Hügel rauf. Die werden jetzt da kommen. Ich gehe mal da links ein bisschen rauf. Okay. Da schießt jemand hinter uns. Ja, ich schätze mal, die kommen auch runter vom Berg. Ja, hier ist einer. Und hier sind die anderen. Boah. Ja. Ich bin down. Okay. Scheiße. Wo waren die? Die erste Runde. Einer stand direkt vor mir Richtung Damm. Okay. Ich gucke mal hinter dich. Ich höre rechts hier auch, Wim. Ich werde mal weiter rauf gehen. Direkt vor dir kommt einer. Okay. Ja, kommt jetzt direkt vor dir in Hügel auch. Gut. Sehr gut. Ich habe noch einen Ping dabei. Oh, es war da jetzt. Ah, sack. Hat sich einer nach von links angeschlichen. Okay. Okay, ist eh der. Der nächste war der. Der Thread. Wo ist der? Du bist ja direkt vor dir. Oh, muss er sein. Hm. So weit ist er nicht weg. Da unten ist er. Ah, nein. Da ist er. Ja, da ist er immer noch. Ja, der ist jetzt. Da sieht man auch, wo er kommt. Aber das war ein anderer. Okay, okay. Wo ist der? Da. Ähm. Äh. Und das war der Thread. Echt? Ja. Der nächste ist da oben. Okay, dann gehe ich mal einsammeln. Ja, der hat hier die anderen ganz schön. Wo war der? Hier. Ja, der ist schön gesteckt. Sehr schön. Ja, ich stehe auf die RBK. Die ist so gut. Die 74 oder die normale? Genau, die normale 74. Ich habe gestern den ganzen Tag mit dieser gespielt. Wer hat denn nichts? Okay, da ist die Mosin. Da ist der nächste. Der hat auch noch mal. Alles M249. Wollen wir mit da oben her. Oh. Jetzt ist einer am Ziggy. Da ist noch einer. Ich habe sonst auch noch einen Ping dabei, wenn du mich fändest. Okay, da muss ich noch schauen, wo du dann bist. Also vom Tampo oben sehe ich nichts. Schnell die APK auszwisten. Jetzt bin ich schon schwer. Ja, die waren dann sehr schnell da. Gut. 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 Das wäre natürlich der perfekte Hinterhalt. Nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das, ja schön, gut, zwei Ping habe ich noch, dann gehen wir mal schnell in Richtung Erdrupp und oben raus, okay, da muss ich wieder das wegnehmen, okay, und hier raus, okay, sehr gut, dann bin ich mal raus, gut, gut, das war jetzt gleich ein bisschen, viel Action für die erste Runde, ja, er war unglücklich hier, dass die von hinten gekommen sind, okay, weit weg vom Schuss, runter ins Dorf oder eher rechts in die Richtung, gute Frage, lockt, ja, oder looten zuerst, ach, gehen wir Richtung mal lockt, okay, wo ist denn überhaupt Sigi, ja, okay, da unten, okay, ich sehe den Container schon, und am linken Berg sind gleich GGG, okay, hier links ist einer, rechts da vorne ist noch, ja, ich werde mal ein bisschen warten, bis sie drin sind, und dann ein Moor da drauf haben, okay, ah, der trifft ja gar nichts. sehr gut, den hinten beim Felsen, den hinten beim Felsen, ja, da ist einer, einer ist nach links, ja, da ist, da ist aber keiner, okay, da hinten ist noch einer, okay, direkt vor uns, ja, habe ich gesehen da ist da eigentlich ein paar zwei 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 den berg runter ja ich habe zumindest gesehen dass in die sparte da reingebelaufen ist da unten ist er erst da unten geht weiter runter ist hinten rüber ist jetzt ganz hinterm berg verschwunden muss hier hinten irgendwo sein ok jetzt ist er ganz unten ich gehe jetzt mal die richtung oder gehen wir rauf zum luten sonst gehen wir noch mal zurück keine ahnung ob also den einen haben wir gekillt ich habe ein telefon ok telefon ist auch hier ich schätze mal das ist der der kommt in meine richtung ok der wills wissen wir machen die bedrohung ok ok habe ich noch gar nicht gesehen geschossen hat er ja viel ich glaube der geht jetzt raus gehen wir mal rauf zum container kommen auch auf was du das ich habe jetzt auf jeden fall mal meinen telefonjoker das war die bedrohung das war die bedrohung nein aber bedrohung ok telefon ist noch unten bad house ok habe ich so jetzt nicht grüß dich mal schnell mal schnell ja nächstes war das das ist ja mein telefon der hat nur eine suv gehabt und ein zwei heels noch also der hat hier alle fertig gemacht und hat nicht mal der container wurde schon da ist bloß noch ne apk und ne ksu drin Ja, das ist nur für die Punkte. Achso, da muss ich eigentlich auch fast was rausnehmen, oder? Genau, ich glaube, ja. RPK, schade, aber da habe ich keine Munition mehr. Ja, ich glaube, wir gehen Richtung meiner Telefon. Ich gehe mal davon aus, dass die... Ah, der will raus. Sperrt gerade auf. Wo ist er? Ah, da hat er, glaube ich, aufgesperrt. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Hinter die Fässer. Ja, der aufgesperrt ist schon weg. Ja, Mist. Ist raus. Mist. Ich habe noch einen Ping, ich schaue noch mal. No Signals, okay. Das heißt, wir könnten noch ein bisschen in mein Badhaus reinschauen. Ja. Brauchst du Kassette noch? Ja, ich lasse die mal hier. Gut. Gut. Ich hätte gesagt, dann werden wir... holen wir uns noch den Drop. Also, da habe ich den Drop auch noch nie geholt. Oh, wie schaue ich das. So, ich bin draußen. Ich bin auf dem Weg. Draußen. Aber die zwei werde ich auf jeden Fall nehmen für Videos, weil zweimal Bedrohung gekillt. Ist schon guter, weiß ich schon, Titel. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon gestern. Ich bin schon mit ihr da. Ich bin klatsch. Untertitelung des ZDF, 2020